Warum schaut sie so traurig? Hä, warum versteht sie nicht, dass ich hier bin? Hallo. Hey, du hast mich erschreckt. Oh, das wollte ich nicht. Okay, wie geht's? Aha, warum schaust du nach unten? Weil ich keine Sonnenbrille habe und die Sonne nervt mich. Aha, du wusstest, dass heute die Sonne scheint. Warum hast du deine Sonnenbrille nicht dabei? Weil meine Sonnenbrille nicht zu meinem Outfit passt. Aber ich kann nicht mit dir sprechen, wenn du immer nach unten guckst. Dann gehen wir ins Kaffee. Dann los. Don Samsung hochge EAG! Dann Folan als auf! ... ... ... ... ... Vielen Dank.